Musik Die FC Bayern Erlebniswelt. Deutschlands größtes Vereinsmuseum in der Allianz Arena setzt Maßstäbe. Gut ab von A bis Z haben die Mitarbeiter hier eine sensationelle Geschichte gemacht und etwas, was für den FC Bayern ein Meilenstein ist. Ich glaube, das ist etwas, was ich als einen neuen Standard bezeichnen würde. In vielen Punkten sind wir auch noch über die früheren Vorstellungen hinausgegangen. Man hat ja dann teilweise auch während des Prozesses noch zusätzliche Ideen und die konnten wir dann hier auch noch realisieren. Also da muss man sagen, ist natürlich der FC Bayern ein Auftraggeber, der einerseits die Potenz hat, so etwas zu machen und auch einfach spürt, was ist Qualität. Musik In nur elf Monaten Bauzeit entstehen in der Allianz Arena auf 3000 Quadratmetern Fläche völlig neue Räume. Eine wahre Meisterleistung. Musik Über 500 Exponate sollen die Besucher mit auf Zeitreise nehmen. Sie aufzuspüren, zusammenzubringen und zu restaurieren, ebenfalls kein leichtes Unterfangen. Dahinter stecken oft abenteuerliche Geschichten, zum Beispiel die des Bernabeu-Pokals. Musik Dann kam es zur Siegerehrung und plötzlich wurde dieser Riesenpokal der Mannschaft übergeben. Alle haben sich angeschaut, ja, okay, Dankeschön für den Pokal, aber wie kriegen wir das Ding jetzt nach München? Okay, im Mannschaftsbus zum Flughafen. Die Mannschaft hat in der Zeit das Ding auseinandergebaut, in drei Teile. Und so haben die mit drei Teilen diesen Pokal in die Küche der Maschine gestellt. Und dann kam das Teil nach München. Musik Erfolg greifbar machen. 21 Meisterschalen, 14 DFB-Pokale und drei Champions-League-Pokale werden produziert. Musik Im Museum führen die Replikate dem Besucher eindrucksvoll vor Augen, was Rekordmeisterschaft bedeutet. Doch damit nicht genug. Wir haben gesagt, Dinge ausstellen, sei es Pokale, Schuhe, Trikots etc. kann eigentlich jeder. Nur was den FC Bayern, glauben wir, besonders macht, ist eigentlich, dass auch viele Geschichten mit dem FC Bayern verwoben sind. Geschichten, die der Fan auch teilweise mit uns erlebt hat. Und wir versuchen eigentlich in der Erlebniswelt das Ganze wieder zum Leben zu erwecken. Also den Fanteil des Ganzen werden zu lassen, über sehr, sehr viele Audioeinspieler, Bildeinspieler, Filme, die wir teilweise neu geschnitten haben. Und zu versuchen, einfach wirklich ein Erlebnis zu schaffen und rein über eine Vitrine, die man eben anschaut, hinaus. Auf über 100 Monitoren präsentiert sich der Verein Multimedial. Neben der Aufarbeitung von historischem Material entstehen dafür 320 Minuten exklusives Filmmaterial. Mannschaft und Trainer treten vor die Kamera. Mitternacht, 4 Grad Celsius. An der Säbener Straße entstehen beeindruckende Bilder. Sie werden die großen Leinwände der Zeitkojen miteinander verbinden. Für die Choreografie kommen historische Trikots zum Einsatz. Die Größen der Vereinsgeschichte. Sie sollen vereint werden in der Hall of Fame. Dank modernster Produktionstechnik treten sie miteinander in den Dialog, ohne sich am Set begegnet zu sein. Die Präsidenten dagegen treffen an ihrem alten Arbeitsplatz tatsächlich aufeinander, mitten auf der Baustelle. 112 Jahre nach der Gründung des FC Bayern ist es soweit. Das Vereinsmuseum wird mit zahlreichen Ehrengästen eröffnet. Und die zeigen sich beeindruckt. Der Eindruck ist sensationell, was die da auf die Beine gestellt haben. Das ist ja auch fantastisch. Und ich sage, jetzt werden wir das in Ruhe immer anschauen und das sich mal so richtig genießen. Da muss ich immer schmunzeln und lachen, wie das alles angefangen hat. Und was eigentlich daraus geworden ist, was du in 112 Jahren alles bewerkstelligen kannst. Mit dem Stadion, mit allem drum und dran. Das ist schon sensationell, muss ich sagen. Das ist schon sehr grenzwertig für mich, wenn ich hier stehe. Und man sieht sich selbst hier mit großartigen Trainerlegenden, die auch Vorbilder für mich waren. Und das ist schon sehr einschneidend für mich. Und ja, auch ein bisschen Ehrfurcht dabei. Dabei sein, mitfühlen und Teil werden einer großen Vereinshistorie. In der FC Bayern Erlebniswelt. Im Herzen der Allianz Arena. Pilgerort für Fans. Oase für Fußballliebhaber. Und beste Unterhaltung für alle Münchner und ihre Gäste aus aller Welt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020